Moin ihr Baggerlooten, Bombenleger und Unruhestifter! Ich glaube, soweit zu sein. Ich hab noch ein bisschen was an Beleidigungen gelernt. Auf jeden Fall besser als das typische Straßenjargon. Mir wurde auch schon gesagt, ey du bist voll cool und kannst Schwertmeister besiegen. Deswegen bin ich jetzt hier auch mal hingelaufen, nachdem ich... Also ich hab keine neuen Beleidigungen gehört. Ich würde sagen, wir testen das mal. Wie solltest du den Schwertmeister mit... Oh, es ist dich wieder. Ich bitte um Verzeihung, aber wir müssen reden. Das gefällt mir auch am besten. Oh, was noch ist? Die kannte ich noch gar nicht. Die kannte ich noch gar nicht. Das ist gemein, das kannte ich nicht. Das kenne ich auch nicht. Oh Mann! Die Sachen, die ich gar nicht kenne. Die hatten die anderen auch nicht drauf. Niemand wird sehen, dass ich so schlecht kämpfe wie du. Pass auf, da könnte ich glaube ich vielleicht... Okay, sie hat ihm ein bisschen... Dann heirate ich ein Schwein. Pass auf, dann glaube ich jetzt... Nee. Ich glaube, sie variiert die Beleidigungen jetzt quasi so ein bisschen und wir müssen jetzt halt drauf reagieren. Pass auf, warte mal. Jetzt bin ich im Waffen, doch nicht. Jetzt gibt es keine Finden mehr, die mir helfen. Ähm... Ah, doch, doch. Du hast sie nur nie gelernt. Aha, guck mal, guck mal. Ich hab sie zurückgeschlagen. Haha. Haha. Moment, Moment. Sehe ich sonst nur im... Also entweder du, äh, dass sie sich wie zu Hause fühlt oder... Oh, du warst also beim letzten Familientreffen. Versuch ich das mal. Und? Mach ich dich! Haha! Ich hab nur einmal einen Feigling wie dich getroffen. Ähm. Oh, ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Versuchen wir das mal. Oh, aber nee, das war falsch. Okay. Nein. Nein, komm her! Ach, dein Ernst? Ich befürchte, ich muss jetzt nochmal auf die Straße gehen, um diese Sachen nochmal... rauszuhauen. Und vielleicht krieg ich da ja ein paar... Och, nö! Okay, ich hab jetzt eine Viertelstunde oder was, das war trainiert, um diese Beleidigung irgendwie hinzukriegen. Och, man! Wie blöd. Das ist ja voll fies. Die kommt da einfach mit anderer Kacke an. Ein bisschen unfair, oder? Findet ihr nicht. Oh, gleich der Nächste. Mal sehen, ob ich die jetzt überhaupt hab. Ähm. Ob ich diese Beleidigung jetzt auch hab. Hm. Ich hab nur einmal einen Feigling mit dich getroffen. Hab ich. Wird trotzdem gerne die Antwort dafür hören. Sagt er das Gleiche, ne? Ja, toll, ich weh aber, dass du mir eine Antwort auf irgendwas gibst. Das weiß ich. Äh. Jetzt weiß ich, wie dumm und verkommen man sein kann. Now I know what filth and stupidity really are. That's not fair. Ja, toll. Die können mir den Scheiß gar nicht beibringen. Das ist unfair. Wie du gerade festgestellt hast, hab ich das schon. Was kommt denn da jetzt? Hässlicher Pirat. Ne, ich brauch einen Blutrünstigen. Nein, lass mich in Ruhe. Verdammt. Wieder zurück. Blutrünstiger, den muss ich kriegen, komm. Nein, komm her, den will ich haben. Komm. Oh man. Euer Ernst. Was kommt denn da für einer? Da ist ein Blutrünstiger Pirat. Den krieg ich. Ich glaube, die sind nämlich ganz... Äh, ich glaub, die sind nämlich gut. Ist nicht ungefährlich. Aufzuhallen. Da. Prepare to die. I'm prepared to fight. Ähm. So. Sagt mir nicht, du, selbst du hier, du Blutrünstiger Pirat. Wird das jetzt echt jedes Mal so... Ach, das ist doch scheiße, ist das doch. Okay, also ich müsste ihr tatsächlich mit diesen anderen Kontern, äh, beikommen. Das ist blöd. Das ist ja richtig blöd. Oder ich latsche nochmal zu ihm hier hin. Ich kann ja mal versuchen, ob ich ihn herausfordern kann. Und er mir dann sagt, so, Mensch, okay, er mir dann halt ein paar gute Konter gibt. Pass auf, ich laufe da einfach nochmal hin und ich bin ja schon dabei. Aber ich frage ihn halt nochmal. Vielleicht hat er ja Zeit und Lust. Das ist ja mal ein bisschen... Wie kann... There's no answer. Ey. In Ernst? Oh, Mann, oh, 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 oh. Das ist voll scheiße. Scheiße. Oh, da muss ich das mit der Schwertmeisterin jedes Mal so versuchen. Das ist doch nervig. Da ist man so ein bisschen happy. So, wie, ja, jetzt geht's weiter und dann... Ähm, nö. Und dann kriegst du gleich das nächste Brett vor dem Kopf. Das ist voll kacke. Aber es macht ja auch so ein bisschen den Spiel Spaß, ne? Man denkt gerade, ja, 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 und dann... Nö. Mann. Angometer. Ich muss doch hier jetzt endlich mal vorankommen. Hallo. Rede mit mir. Carla, komm schon. Ich bin zurück. Und, Mann, bist du in Trouble this time. Let's get this over with. Oh, ja, immerhin nicht so eine lange Dialoge. Alles, was du sagst, ist dumm. Hm. Gott, Gott, Gott. Wie passend du kennst... Nee, nee, nee. Aha, wieder in der Nase gebohrt. Ähm. Alles, was du sagst, ist dumm. So schade, dass dich überhaupt niemand kennt. Vielleicht solltest du es endlich mal benutzen. Ich wollte, dass du dich wie zu Hause fühlst. Ja, ich wollte sicher, dass du dich mit mir gefühlt fühlst. Haha. Haha. Haha, oh Gott. Melken, melken, melken. Ich denke, das mit der Kuh. Haufe. Das war richtig. Huhu. If your brother's like you, better to marry a pig. Oh Gott. Dann heirate ich ein Schwa... Hahaha, super. You make me think somebody already did. Oh, 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 oh. Gemein. Gemein. I hope you have a boat ready for a quick escape. Hast du eine Idee, wie du hier lebend rauskommst? Hm. Na, vielleicht. Also, Geschwafel, glaube ich, finde ich gut. Äh, wie passen sie können? Ne, 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 mal wieder Nase gebohrt. Wieso könntest du so schaden? Moment, äh, sie hat mich gefragt, ob ich weiß, wie ich rauskomme. Ähm. Doch, doch, du hast sie noch nie, äh, beim letzten Familientrainer. Ne, ich glaube, dann wird es das mit dem Geschwafel. Ich hoffe, es ist das mit dem Geschwafel. Nein, ist es nicht. Das hört man schon an seinem Tonfall. Scheiße. Jetzt weiß ich, wie dumm und, äh, sonst was man sein kann. Ähm. Ähm. Das hatten wir auch schon. Doch, doch, du hast sie nur nie gelernt. Och, Mann. Ach, doch, ich glaube, das war's. Ja, richtig. Richtig. Ha, 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 ha. Oh, da muss man echt immer nachdenken. Nach dem letzten Kampf war meine Hand blutüberströmt. Ne, ich glaube, Nasenbluten. Ich glaube, das mit dem Nasenbluten. Ich hoffe, jetzt hast du gelernt, zu stoppen, deinen Nase zu holen. Ha, 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 ha. Ich verabschiede. Ha, ha. Ich würde gerne noch mal mit dir reden. Ne. Geil, wir kriegen T-Shirts on Mars. So cool. Oh, es wäre echt toll, wenn ich die mal anziehen könnte, im Ernst. Oh, einmal noch mal kurz so ein bisschen retro-mäßig. So, und jetzt gehen wir trotzdem noch mal. Ey, komm schon. Laufen hier gar keine Piraten mehr rum? Nö, Tatsache, hier sind keine Piraten mehr. Wir laufen aber noch mal zu ihr. Will mal gucken, ob sie noch da steht. Cool, 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 cool. Look at my sword, my sword is amazing. Was macht denn die da? Was macht denn die da? Tanzt. Okay. Ich glaube, die tanzt. Ich will nur mal mit dir reden, mehr nicht. Ich will gar nicht gegen dich kämpfen. Ich will nur mit dir reden. Reden. Nein, ich will nicht noch mal gegen dich kämpfen. Ach, voll Sünde. Das ist ein richtig gemeiner Korb. Ich biete hier meine Freundschaft und meine... Seele, meine Liebe und mein Herz auf einem Silbertablett. Und sie sagt, und ich will, dass du gehst. Warum machen das Menschen immer? Hashtag Menschen. Oh, Menschen. So, wir haben eigentlich alles... Notwendige und Wichtige erledigt. Unsere drei... Ähm... Äh... Geisterschiff? Elaine! Nein! Nein! Das war doch LeChuck! Nein! LeChuck! LeChuck's got her on that ship, that just sailed off. I'm afraid we've seen the last of her. Nein! Nein! Hol ein Schiff, eine Crew und rette sie! Ne. So, wo were you this whole time? Sleeping? Hey, I'm a lookout, not a bodyguard. Wo sind sie denn hin? Where did they go? LeChuck's taken the governor back to his hideout on Monkey Island. Trademark. I'm afraid that no pirate on this island is brave enough to follow him there. But hey, good luck. Oh yeah, I almost forgot. Hey. They left this note. You can have it, but I don't think you'll like what it says. Oh man! Ähm, ja. Was denn? Attention! Trademark. Das ist ja aber nett, auf jeden Fall. Ach man! Nein! Wie kacke! Äh. Was ist denn hier kaputt? Was ist denn hier kaputt? Höhöh. Warte mal. Stopp, stopp, stopp. Endlich haben wir einen Krug. Juhu! Noch einen. Den will ich auch haben. Komm. Jetzt reden wir mal mit ihm. Nein! Ihr Spacken! Ach man! Sie war so gut für mich. Sie hat immer konveniently verloren, die die Hilfbord-Reporten. Und für eine kleine Beine. Geil. Was wird mein Geschäft werden? Oh, wo ist es mir? Ach man! Das tut mir ein bisschen, das tut mir echt ein bisschen leid. Mann! Du musst ein Schiff holen und nach ihr gehst. Okay. Die Ghost Pirates Lair ist auf Monkey Island. Jeder weiß das. Nicht fragen mich, wie. Alles, was du tun musst, ist, da einen Weg finden. Ähm. Wirst du mich begleiten? Ich brauche ein fähiges Mut hier. Hast du einen Pfeil im Knie? Sonst denn? Oh Gott. Preis verdoppelt sich. Danke. Ich darf in die Küche. Oder den eigenen Drink. Alles klar, ich will schon los. Und hab immer ein Handtuch dabei. Tschüss. Tschüss. Ach man. Jetzt kann ich den nehmen. Mann. So, pass auf. Aber jetzt haben wir ja so einen fucking Krug. Gib Krug an Fass. Das geht so gar nicht. Das ist ja doof. So, Moment. Wir nehmen das hier mit. Das kann doch nicht angehen. Achso, nee. Okay. Moment. Benutzen. Mit mir selber. Vielleicht. Mit Tisch. Okay, pass auf. Ich erfülle aber zwei davon. Benutze Krug mit Fass. Ich glaube, ich habe genug. Okay. Aber wir haben jetzt auf jeden Fall einen Krug damit. und einen leeren. Warte, warte. Schmelzender Krug. Trinke. Rede. Das klappt auch nicht. Okay. Ach, jetzt kann ich schließen. Nee, das wollte ich nicht. Das ist doch nicht euer Ernst. Aber warte mal. Wenn wir sowieso eine Krug brauchen. Pass auf dann. Warte mal. Ist da noch der Krug? Ich sack jetzt alles ein. Benutze. Nee, P war das, ne? Nimm. Wir nehmen jetzt alle Krüge mit hier. Oh, der ist geschmolzen. Der ist wirklich hin. Da müssen wir uns richtig beeilen dann dafür. Ja, Tatsache. Ein Krug ist hin. Okay. Ein Krug ist komplett hin. Schade. Okay, aber jetzt haben wir gelernt, der kann relativ schnell kaputt gehen. Ja, wahrscheinlich werden wir uns nachher gleich echt beeilen müssen, dann irgendwie, um da durchzukommen. Müssen wir hier lang. Ah, warte mal. Ich will aber mit denen reden. Vielleicht wollen die ja zu meiner Crew. Kann ich euch für einen Urlaub auf Monkey Island, Trademark, begeistern? Wenn ich dich in eine Dream Vacation zu Monkey Island zu Monkey Island zu Monkey Island because of this sudden change in local government, ich bin bereit zu offer you a once-in-a-lifetime price on a cruise to that scenic wonderland, Monkey Island. Trickmark. And the amazing thing about this offer is the price. Absolutely free. All you have to do is help me crew the ship and Island Paradise can be yours. Free. And we might just rescue the governor while we're at it. Uh, well, the governor can probably take care of herself. Weicheier. And we are sort of busy here. Aha, mit? And we've got the circus to think of. We've got to find the elephant. Find the rat. Yeah. And get rid of these minutes. I'm sorry. We simply can't go with this time. Ach, komm. Oh, es ist doch nicht wahr. Wo, wo, wozu hat man, wozu? Wir versuchen das nochmal anders. Ich geh da mal wieder. Okay, die haben echt keinen Bock. Scheiße. Das ist doch kacke Arsch. Gut, Jungs. Aber, äh, und liebe Leute, ich werde mich hier jetzt verabschieden und werde in der nächsten Folge bestimmt schon mal ein Schiff haben. Haha. Ich, äh, hoffe es zumindest. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Winke, winke. Ciao und tschüss. 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 Tschüss.